Willi sing it to it, with where I'm from Ähm, ja... Ähm... Eventuell könnten wir auch jetzt... Hm... Was ist da in diesem Farbding da? War da noch etwas? Da war ja auch noch eine Tür... Und ich hab jetzt vier Dinger... Aber das waren ja vier Lichter... Sagen wir mal... Vier so Licht... Vier so Licht... Vier so Lichter waren das ja... Was muss ich denn machen? Kann man da was einsetzen? Hm... Okay... Dann kann man hier noch etwas einsetzen... Um die Tür zu öffnen... Weil da war ja noch was, ne? Ah jejei... Ah jejei... Hm... Speise ich mal... Oh! Ach du... Wow... Ähm... Abgrund... Ja... Hup... Hier hat sie ja Mäuse gehört... Kann ich mich da... Okay... Hup... Wollt... ... Hup... Mäuse... Hup! 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 Oh Gott, da war ich jetzt ein Klappesügel. Und dann hier noch. Hier eigentlich ist gut 2 an. Aua! Aua! Vergemein. Hier noch was? Nee. Dann kann ich mit hier wieder hangeln, okay. Was ist denn hier wieder drin? Jetzt ein Ledermäuse. Was sind denn hier? Das hat ein Fallenlabyrinth. Ich würde mal sagen. Ich speichere mal. Aua! 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 Wir haben jetzt. Und jetzt. Die. Pyramide. Des. Menkare. Was? Menkare. Wir haben jetzt gelangen. Wir haben jetzt auf jeden Fall. Ozean Munition. Schon mal sehr schön. Wir haben jetzt noch mehr. Unsere Munition. Uiuiui. Wir werden schon kurz um etwas lassen. Wir werden uns die Munition kriegen. Ist da nicht gleich hoch. Können wir hoch? Können wir hier hoch? Dann müssen wir uns ansehen. Wer ist jetzt? Ah, bestimmt ist es hier oben, oder? Ähm... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann ich mich da oben festhalten, oder nicht? Guck mal. Ja. Oh. Was ist da oben? Was ist denn das? Oh. Gott, eyla. Riesen... Ach, scheiße. Was ist jetzt los? Riesen-Skopionen, oder was? F***. Jetzt. Wird das von alleine wieder auf, oder? Ist das wie bei Riesen-Evil, dass du irgendwelche Kräuter zusammenmixen musst? Scheiße. Okay. Okay, das fällt irgendwo wieder auf, okay. Schauen wir noch mehr. Die Musik hat auf jeden Fall noch nie aufgehört. Hier ist noch ein großes Mediket. Oh Gott, hätte ich mich erschrocken, ey. Kann nur noch mal so richtig sein Vieh an, ey. Das war ich ja mal nochmal. Ähm... Ähm... Ja. Ähm... Ähm... Griesen-Skopionen, aber... Griesens-Skopionen, oder... Du Scheiße? riders-Skopionen?! Und dann noch mehr von, oder was? Riesen-Skopionen, oder? Was muss ich denn hier machen? What? Ja, wirklich? Ich wollte eigentlich nicht weggehen, aber okay. Ähm... Okay, Mensch, ich habe es geschafft. Hier, ich habe die Waffe. Das war knapp. Wollen wir noch mehr Viecher? Immer weiter. Immer weiter. Oh, okay. Jetzt schon. Vor allem, wenn die so groß sind. Nee. Oh Gott, ey. Das ist ja schrecklich. Was ist das? Was ist das? Was ist das an dem Ganzen nicht? Ich will mich mit dem Granatenwerfer rausnehmen. Stückele ich nicht, nicht? Oh. 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 So einfach kann man es nicht machen. Äh... Und jetzt? Muss ich da hoch oder was? Äh... Rüber? Na... Keine Ahnung. Darüber muss ich mal nicht. Na Gott. Hm. Oh. Okay, man hat scheint hier den richtigen Weg in den Weg gemacht. Hm, wenn wir mit dem Weg in den Weg gehen. Mensch Lara was machst du denn mit der Scheiße? Du kannst nicht normal springen. Meine Güte. Wow. Ne, hier kannst du mal nicht. Ah! Hm. Ah! 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 Hm, warum ich da jetzt so hole, ist die Frage. Da muss ich da überall runter. Ich war sogar richtig und Lara springt wieder runter. Nice. Ich glaub, man hat sich richtig warm. Bevor ich mich wieder runter stürze, den Kinnatummeich speichere ich lieber. Okay. Ist das ein Almen oder was? Gar nicht. Ach Lara, das wird wirklich nicht Lara. Nicht zu zweien. Das geht nicht. Das wird nicht mehr fissen. Humpf, ey? Das ist nicht mehr fissen, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein. Das ist nicht mehr fissen, oder? Und was jetzt? Wie jetzt? Oh, ich will nicht hochkommen. Wo ist denn der Schlüssel bitte? Das ist vollkommen blöd. Ich muss den Stock sein. Ich beiß ihn noch mal auf den Weg. Ja, das geht. Wohin zu runter! Wohin, ich schief. Hush. Biss! Was war, das war. Ah, der tut mir in den Schlüssel. Wir haben keine Shotgun-Armung mehr. Achso, die andere haben wir noch. Was muss ich jetzt machen?